Musik Es ist schon eine kleine Tradition geworden, der Hoffi-Club-Kinotag im Citydom Sinsheim. Mit Popcorn, einem blau-weiß geschmückten Kino, ganz vielen Hoffi-Club-Kids und Hoffi natürlich. Aber Moment, mittendrin sitzen doch noch zwei bekannte Gesichter. TSG-Spieler Jeremy Tollian und Niklas Süle geben fleißig Autogramme und erfüllen jeden Fotowunsch. Und so ein Tag lässt eben nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Es ist auf jeden Fall viel los im Hoffi-Kids-Club und das freut uns natürlich bei Kindern immer besonders, dass sie schon so eine Begeisterung dafür haben. Und man versucht sich natürlich auch glücklich zu machen. Und wenn dann so ein Kind lacht, ist es natürlich nochmal schöner, wie wenn so ein Erwachsener lacht. Deswegen ist das ganz cool. Ziemlich cool ist es auch, dass der Kinobesuch für alle Hoffi-Club-Kinder frei ist. Popcorn und ein Getränk gibt es ebenfalls gratis dazu. Und dann auch noch die TSG-Profis und Hoffi-Treffen, das sorgt für richtig gute Stimmung. Ich finde es toll. Beim Hoffi-Club bin ich am schönsten, dass da Hoffi immer dabei ist. Ich freue mich heute, dass wir ins Kino gehen. Ich wollte schon in den Film und ich konnte halt nicht. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich heute in den Film kann. Ausgesucht hat Hoffi in diesem Jahr den Gute-Laune-Film Trolls. Wer in diesen Herbstferien nicht dabei sein konnte, der kann sich freuen, denn der nächste Hoffi-Club-Kinotag kommt bestimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, ich freue mich diese